Mein Name ist Matthias Eckhoff. Zusammen mit Stefan Schwerter und Dieter König sind wir das Pulling Team Halk, wie auch dran steht hier. Ursprünglich war dieser Traktor ein reiner Ackerschlepper, der mal 100 PS hatte, den wir im Laufe der Jahre jetzt so auf bis circa 700 PS aufgepimpt haben. Wir streben natürlich immer noch nach mehr. Auf dem Pulling Rentenbewerb gehen wir vor einem Bremswagen vorzuziehen, den wir bei einer Distanz von 100 Metern, möglichst 100 Metern ziehen müssen, damit wir einen sogenannten Full Pull erzielen. Wenn wir diese 100 Meter geschafft haben oder diesen Full Pull, dann kommen wir ins Stechen rein mit den jeweiligen anderen Traktoren, die auch diese 100 Meter geschafft haben. Am Ende des Treppbewerbes erhoffen wir uns dann immer ein gutes Plätzchen auf dem Treppchen.